Wie man sehen kann, welche Fahrzeuge eine Station anfahren. Achso, ist natürlich blöd, weil wir jetzt hier auch diesen Zuckerzug haben, der dort lang fährt. Na gut, dann können wir was anderes machen. Reiß man das hier erstmal wieder weg. Na gut, dann mache ich halt hier unten Luftblasen und mache aus dem Zuckerzug ein Luftblasenzug. Und weil ich jetzt nicht weiß, welcher Zug das ist, kann man nämlich hier unten, seht ihr, den Punkt, alle Züge, die diesen Bahnhof anfahren, anzeigen. Das gibt es auch mit Straßenfahrzeugen, Schiffe und Flugzeugen. Wenn ich da draufklicke, hier seht ihr alle Züge, die dorthin fahren. Und ich weiß jetzt hier, das ist der Zug, der den Zucker transportiert. Genau, dann lassen wir mal ins Depot fahren. Oh, wo war denn das jetzt? Oh. Was müsste man noch eigentlich sehen anhand... Hier muss doch jetzt ein Fahrzeug im Depot stecken im Prinzip, oder? Ja, ich mache das anders. Wie ist die Station? Krinklewell, Waldrand. Das suche ich mir jetzt einfach hier raus. Geht wahrscheinlich schneller. Krinklewell, Waldrand. Ach, hier unten, genau. Dann sollen die halt Luftblasen fahren. Da muss ich dann natürlich auch das Ziel ändern. Luftblasen gehen nämlich zur Limo-Fabrik. Dann kann der erst mal raus. Achso, oh, Krinklewell. Jetzt habe ich die aus den Ohren... Aus den Ohren, das sage ich schon. Aus den Augen verloren. Ne, das war es nicht. Krinklewell? Ne. Krinklewell. So, jetzt habe ich es aber. Dann sollen die halt... Luftblasen fahren. Entschuldigung. Beladen, umladen. Zwei Fahrzeuge. Auf was wartet der hier auf? Plastik. Hier unten gab es auch noch ein Luftblasending. Könnte man ja auch noch. Da gibt es auch noch Batterien und Karamell. Dann komme ich dem hier unten mal mit. Dann wird der Zug vielleicht immer ein bisschen schneller fertig. Quatsch, Tunnel doch nicht. Mensch, was ist denn das? Und das kennen wir einfach jetzt irgendwo an. Da wird sich schon seinen Weg dort durch finden. Und dann nochmal die Luftblasen. So, zurück hier unten zu unserer Baustelle jetzt. Da können wir jetzt weiter bauen. Ich hoffe mal, wir... Zunge verknotet. Ich hoffe mal, wir verpassen jetzt keine... Damit, während wir hier gebaut haben, nichts verpasst. Und in dem Ticker das irgendwo budendicht machen. Aber dort bei der einen musste ich halt gerade einschreiten, weil ich gesehen habe, dass wir das anfangen. Und da kann ich auch hier oben noch... Träume weiter terraformen. Wenn die mich dumm finden, da bin ich ganz schmerzbefreit. So, und da ist unsere Strecke jetzt fertig. Unsere Verbindungsstrecke. Natürlich gut. Ist natürlich... Ne, ist natürlich blöd, dass der jetzt hier rechts nie abbiegen kann, der Zug. Der kann bloß hier langfahren. Du musst halt hier runter zu der Station fahren. Die müssen dann umsteigen. So, jetzt kommen natürlich noch die Signale. Die dürfen wir nicht vergessen. Und die müssten eigentlich im Prinzip bis ganz hinter gehen. Wenn sie das nicht tun, haben wir irgendwo eine Lücke drin. Ne, sieht gut aus. Die gehen alle durch. Guck, ob wir dann sporadisch nochmal hier so ein paar Wartungsdepots anlegen. Wo die Fahrzeuge zwecks Wartung reinfahren können. Für ein Überholgleis ist das zu kurz, weil da reicht dann die Beschleunigung nicht. Na, wir kratzen an der 300 Millionen Spielgeldgewinnmarke. Ja, so schrägen Depots mag ich eigentlich gar nicht. Jetzt machen wir es einfach so. So, jetzt hätten wir hier Dot-Ins und dann... Da kommt einfach hier oben noch eins drauf. Dann haben wir drei Stück und der Rest wäre dann ein Fall für Depots an Bahnhöfen, an den Strecken. Ne, das war dumm, das Depot dort hinzustellen. Können wir nochmal terraformen. Die Stadt merkt uns ja ähnliches. Haben wir da, glaube ich, ein Stück See abgerissen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Na gut, ist jetzt halt passiert. Achso, ähä. So, also Pinker-Wut will ich auf jeden Fall anbinden. Soggy-Wut, naja, das weiß ich nie. Weil, äh... Ja, die können auch mit dem Bus hier herfahren. So, okay, jetzt baut den Bahnhof einfach mal hier drüben hin mit... Vielleicht mal mit, äh... Da gibt es noch Batterien dort und Karamell und Zucker so ein bisschen. Ich brauche erst mal hier noch eine Bus-Verbindung hin, dass uns die Städte so ein bisschen mehr gewogen sind. Falls wir dort dann doch nochmal was... Ach nee, Quatsch, ich muss natürlich noch hier das... Ja, genau, die Bushaltestelle bauen, sonst wird das nix. Oh, Glück gehabt, dass wir direkt innen städtisch was erreichen konnten. Eine neue E-Log bringt mir aber nix da zu langsam. Oh. Da macht ein Plastikbrunnen dicht. Was haben wir da für eine Alternative? Haben wir noch hier irgendwo was? Hier oben wäre noch einer. Dann fährt er halt in Zukunft, äh, hier rüber und nimmt den hier einfach mit. Plastik muss... Der fährt dann hier raus, den fährt dann bestimmt. Hier rum, ne? Könnte ich mir vorstellen. Wie muss der dann... Wie muss der dann fahren? Ich glaube, wenn der hier runterfährt, das wäre ein Umweg. Der soll mal schön... Links abbiegen hier an der Stelle. Das geben wir dem jetzt sozusagen einfach mal vor, wie er zu fahren hat. Ups. Oh, das passt. Äh, das nicht. So, falls ja her... Einfach, zack. Macht bestimmt auch bei dich die Bude. Würde mich nicht wundern, wenn es so wäre. Na gut, wir können hier erstmal abreisen. Und der Zug hat einen neuen Job bekommen. Ist in der heutigen Zeit auch keine Selbstverständlichkeit. Und hier ist eigentlich kaum was los auf der Strecke. Was haben wir denn da gebaut? Ich hätte nicht gedacht, die fahren einfach mal hier rüber. So ein bisschen, aber anscheinend ist die Strecke bei Güterloks nicht so populär. Im Güterverkehr. So, wir sind jetzt mal zurück bei... Äh, hier unten. Ich baue nochmal dann eine Verbindung hier nach... Dingsbums. Dingsbumshausen. Nein, nicht abreißen. Äh. Oh, Schwein gehabt. Gerade noch so verhindert. So. So. Und wer halt mehr will, muss halt umsteigen an der Stelle. Ich könnte ja den Bauernhof natürlich auch hier hin bauen. Aber am Ende macht das nichts, weil das ist die gleiche Kurven-Situation. Hier habe ich den und hier an den Rand baue. Ich würde hier mit Slum... Slumperpool nochmal eine Verbindung etablieren. Achso, da muss ich aufpassen, dass die ja nichts haben, wo die irgendwie über Gleise fahren. Das wäre nämlich unangenehm, wenn die von dem Zug überfahren werden würden. Die Fahrzeuge, wenn das Geld ist, möglichst zu vermeiden. Und das geht am besten natürlich mit Brücken. Na, komm. Ach, das ist wieder ein LKW-Ladeplatz. Ich bin doch noch so dumm. Warum bin ich so dumm? Sagt mir das mal jemandem. So, egal. Jetzt habe ich auch nicht auf Abfahren gestellt. Ey. Oh. Komm schon. So. Ich glaube, ich brauche das lieber hier hin, weil es die Stadt sich irgendwie nochmal ausweitet oder sowas. Hätte ich lieber noch ein bisschen Platz. Jetzt, ich bin gleich mal dreigleisig. Dass ich sozusagen die Zuckerwarte auch gleich noch wegtransportieren kann. Hätte ich das jetzt erledigt? Nee, das ist pinker, wut. Ich dachte schon, das ist natürlich der Hammer gewesen. Na, ich brauche das hier mal ins Weite. Da habe ich dann mehr A. Dann gibt mir das mehr Platz. Ja, ich brauche natürlich wieder genau dorthin, wo das Signal ist. Och, Mensch. Na gut, das ist ja eigentlich auch einfach. Das sieht natürlich wieder furchtbar aus. So, und der macht dann einfach. Ich brauche.